Aus dem Weg, ich kann nicht in dich rein. Friendly Fire, der hat seinen eigenen Kumpel abgemurkst, nice. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Und ich habe das schon ein paar Tage nicht gespielt, aber ich weiß noch, dass wir die Wasserader finden müssen, die von irgendeinem komischen Vieh mit langen Armen und Beinen gestohlen wurde. So viel weiß ich noch, ich weiß aber nicht, ob ich noch jeden Sprung hinkriege, Weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Ich habe das ein paar Tage nicht gespielt. Los geht's. Holen wir die Wasserader zurück. Es ist meine Aufgabe, als Waldgeist dieses tollen Waldes das zu tun. Da ist er ja. Hi. Wie weit willst du das Ding noch schleppen? Mach das mal weg da. Das ist ekelhaft. Wie weit will der das Ding noch schleppen? Was will der überhaupt damit? Das macht doch keinen Sinn. Kann ich das von hier unten? Nein, kann ich nicht. Ich muss näher ran. Stirb, stirb. Du kannst nicht um die Ecke schießen. Du wünschst es, du könntest es, aber du kannst es nicht. So. Kann ich das mal kaputt machen und die XP haben? Dankeschön, da kann ich nämlich nicht runter. Also ich könnte schon, aber es bringt mir nichts, weil der ist ja hier runter. Ne, der war hier unten. Ich bin schon richtig. So. Einmal leben. Bitte leben. Nicht die Wand, Uri. Leben. Uri. Uri. Das Leben. Dankeschön. So. Dann musst du einmal sterben. Ich sagte sterben, nicht auf mich schießen. Dankeschön. Da unten ist er abgehauen. Da runter ist er. Kann ich da runter? Ist das safe? Das ist safe, hoffe ich. Bin mal ganz vorsichtig. Ich nehme mal die Wand. Okay, hier brauche ich zwei Energiezellen. Dafür, wo ist denn der hin? Links oder rechts? Er ist rechts. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein voller Ernst, du kleines Mistvieh? Der hätte mich umbringen können. Was geht denn schief mit dem? Was? Drücke linke Maus, was um das Kartensteinfragment einzusetzen? Habe ich nicht. Sorry. Tut mir leid. Komme ich da rüber mit einem Sprung? Okay, ich kriege das nicht. Ich kriege das nicht. Der ist hier hinter abgehauen. Der kleine Drecksack. Was ist das denn hier? Eine bewegliche Plattform. Toll. Oh oh. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich dachte gerade, ich werde zerquetscht. Das hier wird aber lustig. Ich mache mal kurz einen Speicherpunkt. Das wird lustig. Jetzt muss ich wieder auf Timings achten und so. Ne? Toll. Okay, pass auf. 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 Ja. 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 Perfekt. 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 Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Nein. Hä? Sekunde. Das da geht zusammen. Kann ich dann... Wie komme ich da zwischendrin durch? Ich bin leicht verwirrt. Da unten ist ein Fähigkeitenpunkt. Ah. Ich muss gar nicht zwischendrin durch. Ich muss... Ne, muss ich nicht. Nein. 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 Okay. 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 Ich will aber diesen Fähigkeitenpunkt. Da komme ich von der Seite aus hin. Okay. Das ist gut. Von der Seite kann ich den Fähigkeitenpunkt holen. Gib mir eine Sekunde. Ja. Ich will das nicht liegen lassen. So. Jetzt geht das zusammen. Dann, wenn ich hier hochsteige, kriege ich den Fähigkeitenpunkt. Jawohl. Geisterlich. 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 Dankeschön. Hat nicht gereicht für den ganzen Punkt. Aber hey. Besser als gar nicht. So. Bitte einmal nach oben. Bitte einmal nach oben. Dann kann ich weitermachen mit meinem Leben. Danke. Darum ist wieder so ein... So ein komischer Käfer oder so ein komischer Frosch. Und er hat mich getroffen auf Steroiden. Alles gut. Wo ist denn der hin? Verdammt. Ist der nach links oder nach rechts? Ich glaube, der ist nach rechts gerannt. Weil der ist ja zu voll zum Klettern. Und da stelle ich ihm einfach mal. Danke für das Leben. So. Hier brauche ich zwei Schlüsselsteine, die ich beide nicht habe. Nice. Jetzt schon wieder. Ist das dein Ernst? Ist da unten irgendwas? Da ist ein Schlüsselstein. Wo ist der andere? Das ist doch jetzt markiert. Der andere ist irgendwo, wo ich noch nicht war. Das ist toll. Soll ich mal kurz kommen? Ich mache das mal. So. Wie komme ich da runter? Wie komme ich möglichst intelligent da runter? Ah. Ich sehe es. Und jetzt hier. Halten. 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 Alles gut. Alles gut. Au. Fuck. 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 Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nochmal speichern. Okay. Geil. Geil. Ich habe jetzt nur einen Stein. Ich brauche zwei. Nice. Wo ist der andere? Komm ich. Geht das? Ja. Es geht. Der ist hier oben irgendwo. Calling it. Der andere Stein ist irgendwo hier oben. Irgendwo hier. Ne. Oder doch nicht. Ich kann da nicht hin. Ich kann nicht hoch genug springen. Wo ist der andere Stein? Okay. Muss ich alles zurück? Ist das dein voller Ernst? Sonst gibt es keinen Ort wo er sein könnte. Der ist wahrscheinlich ganz da hinten irgendwo. Toll. Ich kann alles nochmal zurücklaufen. Großartig. Nice. So. Geh einmal bitte runter. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Dankeschön. So. Ist der jetzt. Ich weiß gar nicht wo ich schon war und wo nicht. Das ist furchtbar. Ist der vielleicht. Aber ich kann hier auch nicht hoch. Ich kann. Achso. Das ist ein Energieding. Ich dachte gerade wo laufe ich dran. Dass ich mich nicht büllen kann. Ich kann da aber nicht hoch. Ne. Ich kann nicht hoch genug springen dafür. Wo ist denn jetzt der andere Stein? Ist der vielleicht da unten? Da unten war ich gar nicht. Ich bin hier nicht nach unten gegangen. Der ist wahrscheinlich da unten irgendwo. Der ist wahrscheinlich da unten irgendwo. Und dann kann ich alles wieder hochlaufen. Wenn ich es vergeige. Das ist toll. Okay. Pass auf. Da unten ist auf jeden Fall der Kartenstein. Da unten ist. Oh. Fuck. 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 Ich dachte ich kann da einfach runterlaufen. Aber anscheinend nicht. Da unten ist auf jeden Fall der. Wow. Danke. Dankeschön. Jetzt darf ich das alles nochmal machen. Da unten war auf jeden Fall der Kartenstein. Aber ob da auch der Schlüsselstein ist kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Haps. 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 Okay. So viel zum Kartenstein. Den habe ich. Jetzt muss ich nur noch den blöden Schlüsselstein finden. Ich habe keine Ahnung ob ich irgendwas falsch mache. Oder nicht. Aber manchmal fühlt es sich so an als ob er einfach nicht springen will. Obwohl ich das will. Kriege ich das auch noch auf der anderen Seite hin gerade. Das wäre nice wenn das auch noch gerade auf der anderen Seite funktionieren könnte. Ich will jetzt nicht so sehr zerquetscht werden. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Geht das auch kriege ich das auch hier drüben noch hin. Jawohl. 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 Du triffst mich nicht. Du bist viel zu doof dafür. So. Bitte einmal leb. Ich habe die Steine gar nicht gebraucht. Du warst die ganze Zeit hier. Was war denn das? Ist das ein Bossfight? Was war das denn jetzt? Ich kann hier nicht raus oder doch? Doch kann ich. Kann ich. Kann ich. Kann ich. Nee kann ich nicht. Hier ist zu. Ist das ein Bosskampf? Da ist der andere Stein dahinter. Ich brauche den Stein doch. Ich speichere mal kurz. Ist das ein Bosskampf? Sekunde. Wie mache ich dich? Ah okay. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich muss einfach unten drunter stehen. Wenn er hoch springt. Und ausweichen. Ich sehe es. Ich sehe es. Ist nicht so komplex. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Ich wünschte ich würde mehr Schaden machen. Das dauert nämlich ewig. Wenn das so weiter geht. Jawohl. Komm hierher. Schleimiges Mistvieh. Ich nenne dich Schleimimek Schleiminken. Ich habe doch keine Ahnung. Bitte stirb einfach. Du bist ekelhaft. Du bist ekelhaft. Du siehst aus wie ein Riesenwurm. Und ich bin tot. Mann. Ich habe nur zwei HP. Ich gehe mit zwei HP in den Bossfight rein. Das ist großartig. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Bossfight mit ganzen zwei Trefferpunkten zu machen. Verdammt nochmal. Jetzt kommt der unter mir raus. Und hat mich direkt gerammt. Okay. Warten. Unlocken. Zur Seite springen. Wegspringen. Okay. Alles gut. So, jetzt lasse ich ihn einmal da hinten sein. Das ist mir jetzt egal. Komm mal hier raus. Jawohl. 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 Und dann weiche ich dir aus. So, komm hier raus. Hier kann ich dir gut ausweichen. Und. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Warum ist meine Zielerfassung so dermaßen im Arsch? Okay. 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 Komm mal hier drüben raus. Dann kann ich nämlich erstmal wegspringen. Ich muss erstmal ein bisschen auf Distanz. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Ich kriege dich, mein Freund. Du bist low. Du bist low. Du bist low. Also live uns hier. Fuck. Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab nur zwei HP. Ich kann mir zwei Fehler erlauben. Und das war's dann. Komm her. Furchtbar. Furchtbar. Und der hat so verdammt viel Leben. Der hat so verdammt viel Leben. Nein. Und wenn er mich einmal trifft, ist Insta-Death. Ich halte nicht mal einen direkten Treffer aus. Er kann mich einmal rammen und ich kann einmal in so einem Ding laufen. Aber ein direkter Treffer und ich bin im Arsch. Das ist toll. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und ich kann mich direkt umbringen lassen, glaube ich. Ja. Ach, komm. Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch jetzt ein Witz. Hat dieser, weißt du, dieser kleine schwarze Mistkerl traut sich nicht direkt gegen mich zu kämpfen und hetzt seinen Riesententakel auf mich. Das klang komplett falsch. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ich muss jetzt hier gegen seinen Stellvertreter kämpfen, weil er nicht mutig genug ist, sich mir alleine zu stellen. Ist das sein voller Ernst? Er hat mich gerade fast getroffen. Nice. Okay, ich brauche meinen Frieden. Ich brauche meinen Frieden. Komm hier raus. Jawohl, genau hier. Und ich habe dich nicht getroffen. Super. Komm. Komm, 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 komm. Ich kann ihn maximal zweimal treffen. Das war es dann auch. Ich kann ihn zweimal erwischen, weil er so schnell aus meinem Einflussbereich einfach rausspringt. Und ich kann währenddessen, glaube ich, auch keinen Speicherpunkt machen. Doch, ich könnte da hochklettern und es versuchen. Aber ich glaube, das wäre Selbstmord an dem Punkt. Ich muss das in einem Schritt durchziehen. Ich muss das leider in einem Stück durchziehen. Das ist toll. Das ist toll. Ich freue mich, dass es so weit gekommen ist. Zeig dich. Zeig dich. Zeig, du bist fast tot. Du bist fast tot. Du bist low life. Du bist low life. Du hast kein Leben. Du bist low life. Wortwörtlich. Komm her. Komm. Spring. Jawohl. Das war es. Nimm dies. Ich bin die Rache des Waldes, du Mistkerl. Okay. Tür ist offen. Jetzt kriege ich endlich auch den zweiten Stein. Boah, ey, der Typ, ne? So ein feiges Stück. Anstatt sich selbst zu stellen und selbst für seine Verbrechen einzustehen. Der hat mir das Ding geklaut. Hättest du ja sein Privat-Tentakler auf mich? Der Typ ist ja unfassbar frech. So. Dankeschön. Jetzt ist der blöde Frosch wieder. Komm her. Komm her. Nein. Gib's auf. Gib's auf. Gib's auf. Ich bin zu gut für dich. Stirb. So. Kann ich bitte... Ich habe keine Energie. Ich kann nicht speichern. Ich gehe jetzt nochmal zurück und speichere. Nicht, weil ich eine Pussy bin, sondern allein deshalb, weil ich jetzt nicht so Lust habe, beim Hochlaufen zerstört zu werden. Ach, no. Da, da oben. Da, hier. Hier ist Energie. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Jetzt kann ich woanders speichern. Nice, 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 nice. So. Wo genau kann ich das Kartending einsetzen? Das war da oben und dann links. Okay. Kann ich machen. Das mache ich noch. Dann ist die Karte aufgedeckt. Und traue ich mir zu, dass ich das schaffe? Ich traue mir das mal zu. Ich traue mir das mal zu. Komm. Geh einmal nochmal zusammen. Dann kann ich nämlich da hoch. Dann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dann brauche ich noch dich nochmal. Danke. Dann hier rüber. Dann da hoch. Dann ihr beiden. Jawohl. Easy going. Easy game. Dann ihr zwei. So. Und hier drüben war das Kartending, ne? Das war... Das war doch hier. Da unten und dann in der Mitte. Ah, nee. Ich muss Anlauf nehmen. Okay. Das ist hier jetzt mal entspannt. Linke Maustast am Kartensteinfragment einzufügen. Wie sieht's hier aus? Wahrscheinlich ist das Ding riesig. Ja, es ist definitiv riesig. Und es geht auch noch in zig andere Richtungen weiter. Aber ich folge erstmal dem vorgegebenen Pfad. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Und nehmen Sie dies. Alles, was ich Ihnen anbieten kann. So war das... Na, das wäre die Scheißspinne. Hier ist die Tür. Da ist die. Ach so tolle Tür. Stirb, 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 stirb. So. Linke Maustaste, um das Geistertor aufzumachen. Komm her. Ich finde dich. Ich finde dich, du kleines Miststück. Ich schwöre es dir. Sag mal auf das Ding. Mach auf das Ding. Ich sinne auf Rache. Kann ich... Na, toll. Das ist ein großartiger Sprung, den ich hier machen muss. Hi. Wow. Ach komm. Hi. Ja. Okay. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Was sind das überhaupt für Blobs? Das ist richtig ekelhaft. Das ist richtig extrem ekelhaft. Das ist wirklich, wirklich ekelhaft. Ich habe schon wieder... Ne, ich waste jetzt keine Energiezelle, um zu speichern. Nein. Hier muss ich perfekt springen. Hier muss ich von der Wand weg springen. Hi. Meine Damen und Herren. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass Sie das hier mit ansehen müssen. Diese absolute Darstellung von Skill. Und es ist sehr, sehr traurig, dass unser Held es nicht schaffte beim ersten Mal. Kann ich zurück? Ja, ich... Nein, ich nehme den Hit. Ich nehme den Hit. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich wollte nochmal speichern, dass ich das immer machen muss. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Haps. 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 Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Haps. 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 Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Okay, wir sind unten. Wie genau habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hier sieht es nice aus. Wahrscheinlich nur ganz kurz, bis der Typ wiederkommt und irgendwas macht. Okay. Da ist ein Schleim. Ein Sniper-Schleim. Die schießen nämlich so genau. Deswegen nenne ich die so. Da unten ist wieder so einer. Kann ich vorher noch kurz da hoch? Ich will das... Nein, natürlich. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Das... Mein Gott, diese Viecher. Das ist unfassbar. Springt der in die Luft und kriegt nicht mit einem Schuss. Wie kann man denn so viel Glück haben? So, komm her. Komm her. Komm her. Das hier ist für gerade eben. Das hier ist für gerade eben. So, gib mir einmal dann zurück. Ich kann fast eine neue Fähigkeit auswählen. Aber nur fast. Oh, ich kriege wieder was. Ich kriege einen neuen Skill. Geil. Was jetzt? Ein Stammbaum. Leru lag hier. Ist das noch dieselbe Stimme? Ich weiß gar nicht. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Kriege ich endlich einen Doppelsprung? Kriege ich endlich einen Doppelsprung? Drücke den Maustast, um das Licht zu absorbieren. Bitte gib mir einen Doppelsprung. Bitte gib mir einen Doppelsprung. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Komm schon. Was habe ich gekriegt? Du hast den Doppelsprung erlernt. Jawohl. Drücke Space, um in die Luft zu springen. Und drücke dann erneut Space, um noch höher zu springen. Das ist cool. Endlich kann ich an die Orte, wo ich niemals hin konnte. Oh, schön. Schön. Jetzt komme ich auch da hoch. Jetzt komme ich auch da hoch. Nice. Okay, warte. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt kann ich auch da hoch. Juhu. Nee. Also, es erfordert nach wie vor Skill, den ich anscheinend nicht habe. Deswegen kann ich auch nicht da hoch. Lass mich da hoch jetzt. Ja, jetzt, 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 jetzt. Und ich habe einen Fähigkeitenpunkt, Bitches. Mal ganz kurz anwenden. Was genau will ich? Stichflammeneffizienz. Nein. Vitalitätseffizienz. Äh. Stichflammenbrand. Vergrößert den Ratsen, erhöht den Schaden der Stichflamme. Vitalitätseffizienz. Oder? Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Na komm. Ich mache mal, dass der eingesammelte Vitalität verdoppelt wird. Dann speichere ich nochmal ganz kurz. So. Jetzt kann ich... Wow. Ist das dein Ernst? Ist die Plattform weg? Ist das dein voller Ernst? Jetzt muss ich bitte Doppelsprung darüber. Toll. So wird man gezwungen, das direkt zu benutzen. Die Frage... Der Typ, ne? Der Typ ist unfassbar. Jetzt soll ich hier wieder hoch. Das ist toll. Wow. 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 Okay, 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 okay. Das ist wie eine Katze. Wenn Uri den Berg hochläuft oder die Wand hochläuft, ist das wie eine Katze. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe das. So, bitte einmal Energie. Dann soll ich nochmal speichern? Ich speichere nochmal. Wo genau soll ich jetzt hin? Soll ich jetzt hier hoch? Ich glaube... Warte. Jetzt komme ich auch hier hin zurück. Oder da hin zurück, ohne irgendwie Schaden zu nehmen. Du bist schon wieder hier. Wie schnell respawnen die Viecher in dem Spiel? Das ist ja unfassbar. So. Jetzt kann ich da hoch, ne? Jetzt kann ich... Jawohl. Jetzt kann ich hier hoch. Alles gut. Alles gut. Nee, da konnte ich schon vorher hoch. Aber da, wo der jetzt herkam, konnte ich vorher noch nicht hoch. Jetzt müsste das aber ganz easy gehen. Jawohl. Okay, Doppelsprung kann ich. Alles andere lässt zu wünschen übrig. Jetzt kann ich auch... Ist da drüben irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Jetzt kann ich auch hier. Und dann könnte ich ja rein, theoretisch. Wow. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich fall da rein, aber anscheinend... Nein, Riesenschleim. Nein, Riesenschleim. Oh nein, ich werde überrannt. Ich werde überrannt. Ich werde überrannt. Das ist wie ein Zombie-Apapakalypse. Bleib weg. Bleib weg von mir. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Ich habe alle gekriegt. Ich habe alle gekriegt, ohne Schaden zu nehmen. Ich bin der Best. So. Wo genau ist denn der Typ jetzt eigentlich? Ah, ist das die... Ist das die Wasserhade? Sekunde. Runter? Ne, ist eine Energiezelle. Jetzt kannst du meine Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Sinn für mit Erzeugung dein Spiel speichern kannst. Ich weiß, Spiel. Wenn ich das bisher nicht gewusst habe, dann ist mir nicht mehr zu helfen. Das ist toll, aber das bringt mich nicht wirklich weiter. Warte, ich könnte jetzt hier hin, oder? Könnte ich hier hin oder hier hin? Gewinne die Wasserhader zurück. Ich weiß ja nicht mal genau, wo besagte Wasserhader ist. Ich weiß, er hat sie immer runtergeschmissen. Aber ich weiß nicht mal genau, wo die Wasserhader ist. So, ich hole mir einmal das hier. Das ist großartig, dass ich jetzt doppelt springen kann. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wo ich hin muss. Doch, ich muss jetzt... Ich kann jetzt hier hoch, ne? Ganz easy. Ne, man müsste halt... Verdammt. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt kriege ich auch das Ding da. Jetzt kriege ich auch das Geisterlicht. Alles gut. Also jetzt kriege ich das Geisterlicht. So. Und jetzt? Das schaffe ich doch niemals bis da drüben. Das schaffe ich nie. Auf instabilen Boden kannst du keine Seelenverbindung machen. Toll. Ich schaffe das nie. Doch. Was? Nein. Fuck. 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 Ich bin absichtlich reingelaufen, weil ich nicht nochmal zurücklaufen wollte. Ah. Es war so knapp. Es war so verdammt knapp. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich mache hier unten einen Speicherpunkt, weil da oben kann ich ja nicht. So. Ori, bitte. Ori, ich muss dich wirklich bitten, mit mir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Alles gut. Ich habe das. So, jetzt. Es geht. Wir wissen, dass es geht. Es war sauknapp. Ja. Nein. Ja. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Jetzt da runter und dann rückwärts. Dann kann ich da auf die Plattform. Nein. 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 Ori. Ori. Alles gut. Tada. Gib mir einmal das. Ach, das ist so ein Stichflammding. Jawohl. So. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber von mir aus. Wow. Du schießt von da. Das ist großartig. Da kann ich nicht hoch, ne? Das ist keine Option. Okay. Kann ich dich bitte einmal komplett zerstören? Also, so wie es sich gehört. Wie du es dir verdient hast. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Und da war die Spinne auch schon tot. Gib mir einmal alles. Jetzt bin ich hier. Hä? Habe ich? Ich habe nicht wirklich aufgepasst, wo er das Ding hingeworfen hat. Weil ich dachte, das finde ich irgendwann schon. Hat sich rausgestellt. Eher nicht so. Aber hier sieht es aus, als wäre ich richtig. Da unten sieht es extrem gut aus. Was ist denn hier? Kann ich da rüber? Warte. Ich speichere nochmal. Geht das mit dem Doppelsprung? Ja, easy. Easy going komme ich da rüber. Da ist schon wieder so ein scheiß Frosch. Wieder so ein Mist. Komm her. Komm, stirb. Dankeschön. So. Was ist hier? Was ist hier? Oh Gott. Was ist das denn? Hä? Hä? Oh Gott. Au, 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 au. Wow. Was? Ich wurde gerade von der Spinne gesniped. Ich wurde gerade von der Spinne gesniped. Unfassbar. Unfassbar. Stirb. Hat die einfach in die Luft geschossen und mich auch noch erwischt. Ist ja wie traurig. So. Hä? Hä? Nein. Nein. Ha. Hu. 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 Nein. 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 Lauf, 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 lauf. Uri. Alles gut. Ausweichen. Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich will da rüber. Ich höre nicht auf anzurennen, bis ich das Vieh habe. Ich höre nicht auf anzurennen, bis ich weiß, was da drüben ist. Das lässt mir jetzt keine Ruhe sonst. Ich will die Karte aufdecken. Ich bin auch hier, um zu erkunden. Nein. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jedes Mal. Jedes Mal. So. Komm her. Komm her. Komm her. Endliches Ruhe. Endliches Ruhe. Und hier gibt es Leben. Da umgab es Energie. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Dankeschön. So. Was genau ist hier? Was genau? Ich bin richtig. Ich bin aus Versehen richtig gelaufen. Nice. Ich weiß. Ich habe das Gefühl, der lockt mich in eine Falle. Ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwas gibt mir das Gefühl, dass mich der Typ in eine Falle locken will. Nein. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hi. Hi. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch. Wie mache ich das auf einmal? Welchen Kurs habe ich belegt, dass ich das auf einmal kann? Was? Hi. 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 Wie mache ich das? Hi. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Wenn der mich trifft, bin ich im Arsch. Stirb. Stirb. Nein. Okay. Ich brauche Energie und zwar sofort. Ich brauche Energie und zwar instant. Da unten. Nee. Das war das von gerade eben. Und das hier kann ich nicht kriegen. Das hier kann ich nicht kriegen. Ich könnte es versuchen. Aber nee, das ist mir das Risiko nicht wert. Ich weiß nicht. Dann würde ich hier landen und müsste dann zurückspringen. Es ginge. Es ginge. Soll ich es wagen? Aber dann müsste ich alles nochmal machen, wenn ich versage. Ich wusste es ganz genau. Ich wusste es ganz genau. Warum habe ich es gemacht? Warum habe ich es gemacht? Ich wusste es ganz genau, dass ich es nicht kann. Ich wusste ganz genau, dass ich das... Ja, ich glaube, wenn sowas passiert, dann kannst du eigentlich... Dann kannst du dich dann im Schicksal fügen. Ich wusste ganz genau, dass es passiert. Irgendwann komme ich zurück und dann kriege ich dich. Das verspreche ich dir. Aber jetzt, weil ich keine Energie habe, muss ich weiter. Alter, ich werde das nicht schon wieder wagen. So, wo bist du? Hier ist Energie. Ich kann speichern. Soll ich es nochmal versuchen? Ich meine, ich habe mehr Leben als vorher. Ich kann einen Hit vertragen. Die Frage ist nur, ist es das wert? Ja, alles gut. Nein. Okay, okay. Mir egal. Mir egal. Das war es absolut wert. Das war es eigentlich absolut überhaupt nicht wert. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren. Egal. Egal. Hauptsache, ich habe es. Was ist denn das? Nein. Das ist jetzt aber asozial. Wie komme ich daran vorbei, bitteschön? Ah. Denke ich richtig. Denke ich richtig. Warte kurz. Hey, 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 nein, nein. Ich hasse das. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Du kannst mir doch sowas nicht geben spielen. Du weißt doch, ich kann den Doppelsprung nicht. Und Wandsprung auch nicht richtig. Und ich weiß nicht mal, wieso genau. Verdammt. Okay, pass auf. Warten, warten. Okay, alles gut. Alles gut. Warten, 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 warten. Und nein. Jetzt springt die mit dem Kopf an die Decke. Verdammt nochmal. Uri, tu mir das nicht an. Uri, bitte. Du bist unfassbar süß und wahrscheinlich auch kuschelig. Ich weiß gar nicht. Hat Uri Fell? Oder ist Uri sowas wie ein Geist? Ich weiß es nicht. Aber du siehst irgendwie plüschig aus. Ich will dir alles verzeihen, wirklich. Du bist wie eine Katze so ein bisschen. Der Katze verzeiht man auch meistens alles. Aber ich kann dir nicht alles verzeihen, Schatz. Es geht nicht. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ich hab's. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich kann das nicht aufmachen, ne? Weil ich keine Energie für eine Stichflamme hab. Scheiße. Krieg ich irgendwann wieder Energie? Jetzt bin ich hier. Da ist er. Hi. Dieses Vieh. Ist das da hinten sein Bau? Ist das Schiff gedrückt, um die Echte zu greifen? Aha. Toll, jetzt hab ich den Weg nach unten aufgemacht. Das ist toll, aber das bringt mir nichts, da runter zu gehen. Ne, da müsste ich ja alles nochmal hoch. Ne, müsste ich nicht. Aber ich seh da unten auch nichts, wofür es sich lohnen will, nochmal runter zu gehen. Okay, cool. Ich folge ihm einfach mal. Ich komme. Ich komme. Ist das sein Versteck? Das sieht aus wie sein Versteck. Da brennt Licht und alles. Du hast das Licht angelassen. Nein. Kann ich die Energie haben? Dankeschön. Die wurde bestimmt strategisch da platziert. So. Einmal speichern. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich das hinkriege. Wow. Sekunde. Ich bin ja... Ne. Okay. Alles gut. Alles gut. Jawohl. Ich komme, mein Freund. Seid ihr sicher? Ich komme. Die Seelenverbindung ist bereit. Kollege, wo bist du? Hi. Ist das dein Ernst? Du stielst meine Wasserader... Ne, das ist aber... Wow. Jetzt kommen Buchstücke darunter, die ich ausweichen muss. Er stiehlt meine Wasserader, hetzt ihren Tentakel Schleimvieh auf mich und kriegt es dann nicht hin, einen Hebel zu ziehen und sperrt sich selber ein. Was ein absolutes Genie seiner Sorte. Kann ich hier nochmal speichern? Dankeschön. Das war jetzt absolut gewastet. Das war absolut unnötig. Egal. Egal. Okay, cool. Steine ausweichen. Gibt nichts, was ich lieber tue. Großartig. Großartig. Nice. Nice. Gehen die irgendwann die Steine auch mal aus? Ich glaube nicht, ne? Die Steine... Gibt unendlich viel davon. Unendlich viel Supply. Lauf, 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 lauf. Ja, Volltreffer. Geil. War so klar. So. Oh Gott. Das ist... Was ist denn das für ein Timing? Jetzt. Los. Okay. Alles gut. Alles gut. Warten. Warten. Warten, bis es wieder halbwegs frei ist. Es gibt immer mal eine Phase, dann kommt keiner, ne? Es ist immer mal wieder kurz Ruhe. Ich habe noch drei HP. Ich kann mir keinen großen Treffer leisten jetzt. Wow. 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 Ich habe es. Ich habe es. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wie weit geht das denn noch, bitte? Da ist wieder Leben. Zwei HP haben wir noch. Ne? Wisst ihr? Nein. Oh mein Gott. Wie? Wie hat mich das nicht getroffen? Ich frage gar nicht. Ich frage gar nicht. Ich kaufe es einfach. Alles gut. So. Jetzt muss ich glaube ich an die Plattform da. Und dann... Oh Gott. So. Jetzt kommt wieder einer von oben. Jetzt. Nein. 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 Okay. Alles gut. Kann ich hier warten? Jetzt kommt hier keiner mehr. Geil. Okay. 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 Oben drauf. Oben drauf. Alles gut. So. Jetzt ist Ruhe. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Hi. Bist du immer noch böse? Ich habe dir gerade geholfen. Kumpel? Der ist... Hä? Wie eine Riesenspinne. Wie eine Riesenspinne. Ich kann nicht speichern, ne? Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Oh. Ory erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Yay. Heißt das, er ist jetzt auf meiner Seite? Danke. Ich habe ihn umgedreht. Ich habe meine Wasserader wieder. Jetzt ist er auf einmal nett. Nice. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginso-Baum. Nice. Vergiss nicht. Das Element des Wassers ruht hoch oben auf dem Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Ah ja, wenn du das sagst. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ich bin sehr weit weg davon. Wie kann ich das alles nochmal machen? Jetzt kann ich backtracken aus der Hölle. Nice. Kann ich das... Kann man sich kaputt machen? Ne, kann man nicht. Aber hey, er ist jetzt auf meiner Seite. Irgendwie cool. So, hier brauche ich zwei Energiezellen dafür, um da reinzukommen. Die werde ich dafür aber nicht ausgeben, weil das sieht mir aus wie ein sekundärer Bereich, wo man nicht zwingend hin muss. Heißt das jetzt, ich darf das alles nochmal machen? Ich darf das alles hier zurücklaufen, um da hinzugehen. Zum Ginso-Baum. Nice. Ich liebe backtracking. So. Werde ich nicht tun. Werde ich nicht tun. Kann ich eh nicht. So. Pass auf. Mit dem Doppelsprung ist alles einfacher. Das macht alles weitaus simpler. So, Kollege. Komm einmal her. Komm einmal her. Du triffst mich nicht. Du schießt behindert. Dankeschön. So. Dann kriege ich einmal bitte das ganze Leben. Ich sagte, das ganze Leben. Gib mir all das Leben. Oh, tja. Cool. Jetzt muss ich auch nicht mehr... Was war das denn? Was war das denn? Ist das Vieh gestolpert? Und da runtergefallen? Dann explodiert? Keine Ahnung. So. Jetzt könnte ich hier nach rechts über die Dornen. Dann ist hier glaube ich nochmal... Genau. Hier haben wir angefangen. Wir sind quasi einmal hier unten rumgelaufen. Und wir haben verdammt viel entdeckt. Und hier haben wir angefangen. Also die Folge. Das heißt, wenn ich das jetzt hinkriege, was ich natürlich absolut nicht hinkriege, weil ich zu dumm dafür bin. Ich habe noch einen HP. Ich habe noch einen HP. Ist das überhaupt so gedacht? Warte. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ach so. Ne. Halt. Ich muss doch irgendwie darüber. Ich muss doch darüber können. Ich bin eins zu niedrig. Anscheinend. Aber ich will trotzdem darüber. Aber ich kann es nicht, weil ich zu doof dafür bin. Ist das dein Ernst jetzt? Ja. Ist anscheinend dein Ernst. Was liegt da drüben? Das ist ein noch nicht erforschter und markierter Bereich. Ich muss das kartografieren. Wenn es jetzt dreimal in Folge noch nicht klappt, dann gehe ich halt einfach. Da bleibt das unerkundet. Weil du mich nicht lässt. Ich glaube, ich soll da nicht rüber. Ich glaube, ich soll da nicht rüber. Ich kann nicht hoch genug springen. Das war allerdings knapp. Das hingegen war knapp. Ich hätte es gerade fast geschafft. Ich muss den perfekten Punkt finden, glaube ich. Aber ich komme nicht hoch genug irgendwie. Wie oft soll ich noch sterben, bis ich aufhören soll? Ja, komm. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Ich mache das, was ich machen soll. Du schießt jetzt aber nicht um die Ecke, ne? Du bist kein Sniper. Doch, bist du. Du hast mich gerade getroffen. So, gib mir deinen Scheiß. Okay. Hier. Hier haben wir angefangen. Hier. Da ist das. Dieser Brunnen. Heißt das Brunnen? Ich glaube, das hieß irgendwie sowas mit Brunnen. So. Gib mir einmal das. Dankeschön. Dann gehe ich einmal speichern. Und dann gehen wir zurück zum Ginsobaum. Yay. Guck dir an, wie süß Ori ist. So plüschig. Hat mich das Vieh gerade getroffen, als es gestorben ist und irgendwie nicht erwischt? Kann sein. So, jetzt könnte ich hier hoch. Dann hier hoch. Jetzt komme ich vielleicht auch da rüber. Da konnte ich ja vorher nicht lang. Da konnte ich vorher nicht lang. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt schießen zwei Viecher auf mich. Jetzt schießen zwei Viecher auf mich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Zur Ruhe ist. Kann ich jetzt da rüber? Ne. Ne, kann ich nicht. Kann ich? Ich speichere mal kurz. Ne, ich glaube, dass ich nicht darüber kann. Da brauche ich den Dreifachsprung, falls es sowas gibt. Doch, kann ich. Ist aber wahrscheinlich nicht so gedacht. Ich habe gerade einen Hit genommen dafür. Ist das so gedacht? Ich habe noch einen HP. Wenn das Vieh mich trifft, dann bin ich im Arsch. Natürlich schießt er so weit. Die Sniper-Spinne. So. Weiter als so kann ich aber nicht. Das geht jetzt nicht. Ich könnte, aber ich müsste dafür wieder einen Hit einstecken. Oder? Warte mal. In einem Nichtsicherbereich kannst du keine Seelenverbindung erzeugen. Doch, es geht. Es ist anscheinend so gedacht, dass man hier hinter geht. Nice. Da ist mir so ein blöder Frosch. Da ist mir so ein blöder Frosch. Komm her. Komm her. Und tot bist du. Riesen Überraschung. So, was genau ist hier? Was genau ist hier? Gruselige Musik. Oh. Okay. Cool. Der Weg ist hier blockiert. 1A. Große Klasse. Okay. Dann alles zurück. In dem Fall alles zurück. Kann ich? Das reicht jetzt aber nicht. Wow. Ich wollte eigentlich springen. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Das ist mir jetzt zu doof. Das ist mir jetzt zu doof. Da hinten gibt es anscheinend eh nicht so viel, was ich lohnen würde. Aber jetzt kann ich hier hoch. Jetzt kann ich hier hoch. Da konnte ich nicht hin. Das hat mich tierisch aufgeregt. Jetzt kriege ich das. Yay. Und es reicht wieder nicht für einen Fähigkeitenpunkt. Ich bin so kurz vorm Level ab. Nein. Jetzt darf ich das nochmal machen oder was? Jetzt darf ich nochmal durch diese blöden Laser durch. Jetzt darf ich nochmal durch die Laser durch. Ich speichere nochmal kurz. Jetzt darf ich nochmal durch die Laser durch. Nice. 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 Richtig geil. Richtig extrem geil. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Hüi. Ja, ich bin im Absolut im Arsch. Habe ich richtig erkannt. Nein. Oh Gott. So. nochmal warten. nochmal warten. nochmal warten. nochmal warten. Jetzt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Los, 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 los. Los, 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 los. Okay. Das müsste jetzt ein bisschen einfacher sein mit dem Doppelsprung. Jetzt, da ich den kann. Dann. Okay. Jetzt. Los, 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 los. Jawohl. Ich wusste, ich habe es noch drauf. Gib mir einmal die Energie, dann kann ich speichern. Dankeschön. Da oben ist auch noch Geisterlicht. Kann ich da hoch? Mit dem Doppelsprung ginge das, glaube ich. Warte kurz. Jawohl. Der Doppelsprung löst all meine Probleme. Der Doppelsprung löst all die Probleme, die ich jemals hatte. Und da ist ein Fähigkeitenpunkt. Nice. Einmal hier drunter durchspringen. Was mache ich jetzt? Was ist das da? Das ist der Ultra-Geister-Magnet. Die meisten Einzelnen-Bangen-Gen-Schnell werden automatisch absorbiert. Das wäre eigentlich nice. Da muss ich gar nicht mehr so nah ranlaufen. Oder mehr austeilen. Aber das hier ist dann Streuflamme. Er ermöglicht es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Das wäre dann auch nice. Dafür brauche ich aber das hier als Vorstufe. Okay. Von mir aus. Stichflammenbrand. Auch wenn ich die Stichflammen nicht gegen Feinde einsetzen will, weil das irgendwie leichte Verschwendung ist. So. Jetzt. Da hoch. Und dann bin ich wieder beim Ginso-Warum. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Da kann ich... Nein, das ist das schon wieder. Das ist das schon wieder. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wenn ich mich draufstelle, ist Ruhe. Wenn ich mich draufstelle, ist... Wow. Was? Unfassbar. Ja, komm. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Ja, genau. Genau, Jungs. Genau. Jawohl. Jawohl. Bleib weg von mir. So. Dann hier hoch. Ein riesengigantischer, großer, ekelhafter, schleimiger Blob, der jetzt alles fallen lässt. Und die wollen alle zu mir. Das ist großartig. So, kommt mal her, Jungs. Kommt mal her. Kindergarten ist vorbei. Geht nach Hause. Fahrt heim. Schule für heute ist aus. So. Nice, 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 nice. So. Dann. Kann ich da hoch? Ne, dafür kann ich nicht hoch genug springen. Niemals. Aber vielleicht kann ich mit dem Doppelsprung an die Wand da drüben und dann nach oben. Oh, ich hab den Doppelsprung. Das ist so nice. Ich kann... Okay. Das geht aber. Das geht. Wenn man nicht so zurückgeblieben springt wie ich gerade, dann geht das durchaus. Hä. Hä. Ja. Ja. Jawohl. Was? Oh mein Gott. Der Doppelsprung ist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Da oben ist ein Life-Upgrade. Da oben ist ein Life-Upgrade. Aber da kann ich nicht einfach so hin, ne? Da muss ich hier dann so hoch wie möglich... Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Hä. Hä. Nein. Ja, perfekt. Geil. Du hast eine Lebensstelle gefunden. Ich hab noch mehr Leben als sowieso schon. Der Doppelsprung löst all die Probleme, die ich jemals hatte in diesem Spiel. Sag ich nur bis... Kannst du hier drauf schießen eigentlich? So macht man das kaputt. Nice. Jetzt weiß ich's. Jetzt muss ich das Vieh aber kaputt machen irgendwie. So, schieß einmal hierher. Ach, du kommst eigentlich dazu, weil du zu scheiße bist und ich wurde getroffen. Wow, ich bin nochmal reingelaufen. Kannst du... Ja, ja. Mach mal den Kopf zu. So, da muss ich aber vorsichtig sein, weil... Weil... Da unten ist Wasser. Und ich glaube, Wasser tut Ori gar nicht gut. Haps, 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 haps. Nein, du bist gerespawnt. Was? Okay. Okay, von mir aus. Von mir aus. Von mir aus. Von mir aus. Es sind zu viele. Es sind zu verdammt viele. Nein, ich werde von zwei Seiten angegriffen. Nein. Die flankieren mich. Die lernen dazu. So langsam. So, jetzt ist gespeichert. Ich habe gerade einen Erfolg gekriegt. Keine Ahnung. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich kann nicht in dich rein. Friendly Fire. Der hat seinen eigenen Kumpel abgemorchst. Nice. So, dann einmal hier. Bin ich auch dahinter. Der Doppelsprung ist so verdammt praktisch. Der Doppelsprung ist so verdammt praktisch. Ich kann überall hin. Es gibt keine Limitierungen mehr. Guck dir das an. Ich kann überall hinlaufen, wo ich will. Was ist hier? Yay. Noch mehr Energie. Nice. Eine Fähigkeitenzelle. Jetzt erhältst du einen weiteren. Ah. Das heißt, die Dinger, das ist kein Geisterlichtgefäß. Das ist gleich eine ganze Fähigkeitenzelle. Das heißt, ich habe jetzt einen Punkt extra. Dann kann ich ja eigentlich direkt das andere Ding da spielen. Ne, das da. Streuflamme. Zwei Ziele auf einmal. Nice. Ich werde stärker, Leute. Ich werde stärker. Darf ich speichern vielleicht? Darf ich? Ich habe doch gerade da gespeichert. Jetzt kann ich da nicht speichern. In der Nähe von Feinden kannst du keine Seelenverwendung. Natürlich ist hier wieder ein Feind in der Nähe. Okay, dann halt nicht. So. Dann einmal hier. Dann hier. Dann hier hoch. Und dann einmal bitte wieder voller Energie. Dankeschön. Hä. 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 Dieser Doppelsprung ist so nice. Der Doppelsprung ist so ver... Ach. Nö. Nein. Jetzt kann ich beide auf einmal treffen. Ich habe aufgelevelt. Oh mein Gott. Mache ich die weg? Ich bin mächtig, Leute. Legt euch nicht mit mir an. So. Jetzt kann ich anscheinend in den Ginso-Baum. Das ist cool. Drückerliche Maustaste, um die Wasserader einzufügen. Mache ich das noch? Soll ich das noch machen? Ich mache das noch kurz. Ich speichere mal vorne dran. Ich weiß nicht, was da drin dann abgeht. Okay. Wasserader rein. Jetzt geht das Ding auf. Jetzt kann ich da rein. Yay. Ich kann in den uralten Baum. Ich kann im Baumbad. benutze W zum Betreten. Geil. Innen verfault. Habe ich gerade gekriegt. Achievement. Ginso-Baum. Hier drin sieht es wunderschön aus. Das Wasser von Nibel floss einst durch diesen... Eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wieder herstellen und das Ende des... Das Herz des Ginso-Baums finden. Ah ja. Heißt? Ich soll nach oben. Mit anderen Worten. Einfach senkrecht nach oben. Kann ich machen. Okay. Betritt den Ginso-Baum. Stellen wieder her. Das machen wir. Aber erst... Kann ich hier drin speichern? Ich kann hier drin speichern. Aber erst beim nächsten Mal. Hier. Bei Ori and the Blind Forest. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr ja noch ein bisschen den Like-Button aufs Mautz hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Ich hab mir auf dem Klo und die Kugel in die Birne gejagt. Warum gerade von allen Dingen auf dem Klo? Stehst du jetzt auf, Kumpel? Warum von allen Orten auf dem Klo? Verstehst du?